Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beginnen möchte ich mit einem Dank an all die Menschen, auf deren Rücken diese Krise besonders lastet und die gerade Großartiges leisten. Das sind die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die Corona-Patienten behandeln, immer mit der Gefahr der eigenen Ansteckung. Das gilt für die Beschäftigten in den Pflegeheimen, der Ambulantenpflege, in den Heilmittelberufen, die sich mit unzureichender Schutzausrüstung herumschlagen müssen und unsere Hochachtung all den Eltern, die seit sieben Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen, ihnen Lehrer und Spielkameraden ersetzen und nebenher noch ihrem Beruf nachgehen. Große Anerkennung für diese Leistung. Unsere Solidarität und unser Dank gilt all denjenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, im Lebensmitteleinzelhandel, in den Kitas und Schulen, bei Liefer- und Paketdiensten, den Bus- und den Lkw-Fahrern und an vielen anderen unverzichtbaren Stellen. In dieser Krise werden auf einmal Menschen als systemrelevant anerkannt, die viel zu wenig Wertschätzung erfahren haben, die oft mit mageren Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen abgespeist wurden. Gerade merken wir, welchen Anteil diese Menschen für das gesellschaftliche Leben haben. Ein großer Teil davon sind Frauen. Gerade merken wir, was sie für die Gesellschaft leisten. Das sollten wir nach der Krise nicht vergessen. Es ist gut, wenn die Menschen viel Anerkennung erfahren und Dankesworte in Reden. Aber Klatschen hilft nicht bei Infektionsgefahr, und warme Worte zahlen bekanntlich keine Rechnung. Dafür brauchen sie höhere Löhne, allgemeinverbindliche Tarifverträge und gute Arbeitsbedingungen. Man kann eben nicht von Solidarität reden und gleichzeitig von Menschen verlangen, mehr als zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, Ruhezeiten zu reduzieren und auch noch sonntags im Handel zu arbeiten. Die einmalige Prämie für Pflegekräfte ist bereits ein Eingeständnis, dass man bisher zu wenig bezahlt hat. Diese Berufe müssen dauerhaft aufgewertet werden. Es war ein Fehler, das Gesundheitssystem neoliberal auf Kante zu nehmen. Die mangelnden Investitionen in die Krankenhäuser, die Privatisierung, die Krankenhausschließungen, die Einführung der Fallkostenpauschalen, all das rächt sich. Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat dazu geführt, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen, und das geht zulasten der Beschäftigten und der Patienten. Herr Minister, dazu haben Sie leider gar nichts gesagt, ob das nicht auch Lehren sind, die man nach dieser Krise ziehen müsste. Seit Jahren haben Beschäftigte auf diesen Notstand hingewiesen. Seit Jahren kämpfen Pflegekräfte und Ver.di um bessere Bedingungen um Entlastung und Personalmindeststandards, das Fallpauschalensystem, das gerade eine klaffende Lücke in die Krankenhausfinanzierung reißt, weil Operationen wegen der Pandemie vorsorglich abgesagt wurden. Das muss abgeschafft werden. Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand, und sie müssen bedarfsgerecht finanziert werden. All denen, da schaue ich gerade in Richtung der FDP, die gerade nach schnellen Lockerungen rufen und angesichts der vergleichsweise niedrigen offiziellen Infektionszahlen in Deutschland behaupten, die Maßnahmen der letzten Woche wären vielleicht doch etwas übertrieben gewesen, denen empfehle ich, doch noch einmal einen Blick auf die Bilder aus Italien zu werfen und sich diese Bilder vor Augen zu rufen. Lieber viele leere Intensivbetten als zu viele Intensivpatienten. Wenn man gute Brandschutzvorkehrungen trifft und das dann ein Jahr nicht brennt, diskutiert man auch nicht darüber, sie wieder abzuschaffen. Deutschland hatte diese dramatische Entwicklung von Italien, fast zwei Wochen Vorwarnung, um sich vorzubereiten und um die Infektionskurve abzuflachen. Das ist zunächst gelungen. Der Lockdown war grundsätzlich richtig, auch wenn wir einige Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Grundrechtseinschränkungen, kritisiert haben. Aber die Zeit wurde nicht genutzt, um ausreichend Schutzkleidung zu produzieren, um Hygienepläne zu entwickeln, um die Testkapazitäten so auszuweiten, dass wirklich flächendeckend getestet werden kann. Ja, die Zahl der Intensivbetten wurde deutlich erhöht, aber an anderer Stelle ist zu wenig passiert. Es ist mir, ehrlich gesagt, unbegreiflich, warum es in einem der wichtigsten Industrieländer der Welt nicht möglich ist, innerhalb von zwei Monaten dafür zu sorgen, dass Schutzkleidung und Tests in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Selbst wenn wir Unternehmen zwingen, diese zur Verfügung zu stellen, das muss doch möglich sein in einem so hochentwickelten Industrieland. Noch immer werden Menschen mit eindeutigen Symptomen Tests verweigert. Noch immer wird nicht flächendeckend und verdachtsunabhängig getestet, nicht einmal in der Pflege- und im Gesundheitssektor. Herr Minister, Sie behaupten, es gäbe stabile Lieferketten. Dann stellt sich die Frage, warum so wenig Schutzmaterial in den Arztpraxen und in der ambulanten Pflege ankommen. Gerade dort fühlt man sich doch von der Landesregierung allein gelassen. Das Schlimmste ist, durch die teilweise nicht nachvollziehbaren Beschlüsse der letzten Tage sind wir gerade dabei, die Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie, die mit so vielen Härten und Entbehrungen verbunden war, zu gefährden. Experten warnen vor einer zweiten Infektionswelle, die noch verheerender ausfallen könnte. Sicher, das Herunterfahren war einfacher als das Öffnen, aber hier stimmen die Prioritäten gerade nicht im Bund, aber auch in Hessen. Gewonnene Spielräume zur Lockerung wurden vor allem für die Bereiche genutzt, die die stärkste Lobby haben und die am lautesten auf sich aufmerksam gemacht haben. Autohäuser dürfen öffnen, Shoppingmalls auch. Gleichzeitig wird den Menschen gesagt, bleibt doch am besten zu Hause. Der Spitzensport darf trainieren, der Breitensport darf nicht. Die Kontaktsperre endet an den Betriebstoren, während private Freiheiten und Demonstrationen eingeschränkt sind. Die Weiterführung ... Vielen Dank. Ich habe gedacht, ordentliche Gewerkschaften bräuchten. Okay. Jetzt geht es? Okay. Die Weiterführung der Fußball-Bundesliga steht im Raum, während aktuell nicht mehr genug Tastkapazitäten für medizinisches Personal zu befugigen stehen. Ich finde, diese Geisterdebatte um die Geisterspiele, muss ich ganz ehrlich sagen, die geht wirklich an den Sorgen und Nöten der meisten Menschen völlig vorbei. Eltern, denen vom Sozialministerium letzte Woche noch mitgeteilt wurde, es sei nicht erwünscht, dass sich mehrere Familien zur Kinderbetreuung zusammenschließen, die einzige Möglichkeit, dass Kinder Austausch untereinander haben und Eltern ihrer Arbeit nachgehen können, reiben sich doch verwundert die Augen, dass ab dieser Woche Nagelstudios, Massagesalons, Tätowierstudios und Hundesalons wieder öffnen dürfen. Natürlich muss man die Existenzängste in all diesen Bereichen ernst nehmen, ebenso wie in der Gastronomie, im Tourismus und in allen anderen stark betroffenen Bereichen. Deshalb brauchen wir Hilfsprogramme. Wir brauchen ein Pandemieübergangsgeld, weil man in vielen dieser Jobs eben nicht ausreichend Abstand halten kann und Schutzausrüstung nur mal Mangelware ist. Es ist willkürlich. Musikunterricht ist wieder erlaubt für bis zu fünf Personen, aber im Park darf man nur zu zweit sein. Das ist willkürlich und aus virologischer Sicht unlogisch, und das untergräbt auch die Akzeptanz der Beschränkungen. Zudem kamen diese Beschlüsse viel zu kurzfristig. Wenn man freitags erklärt, welche Bereiche montags wieder öffnen dürfen, ist das viel zu kurzfristig, meine Damen und Herren. Viele der beschlossenen Lockerungen folgen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und gefährden die Gesundheit und das Leben von Menschen. Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es gefährlich oder zu forsch, um es mit den Worten der Kanzlerin zu sagen. Denn noch schädlicher als eine länger anhaltende Kontaktbeschränkung wäre doch, dass wir jetzt eine Lockerung machen, um dann eine noch länger anhaltende Kontaktbeschränkungsphase wieder einleiten zu müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt einen kleinen Spielraum zur Öffnung haben, um eine weitere Infektionswelle zu vermeiden, dann muss man sich doch fragen, was gerade Priorität hat. Ich kann die Existenzängste in vielen Branchen nachvollziehen, und ich kann auch den Wunsch nach Normalität nachvollziehen. Aber gegen finanzielle Not gibt es ein Mittel, Geld. Der Staat kann und muss mit viel Geld helfen, wie er es in der Bankenkrise auch getan hat. Es gibt aber kein Mittel, um zu kompensieren, dass Kinder über lange Zeit keinen Kontakt zu anderen Kindern haben, dass sie in beengten Wohnungen mit heimarbeitenden Eltern eingefärscht und in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Deshalb sollten die existierenden Spielräume zur Lockerung im Interesse der Kinder und Familien genutzt werden und nicht im Interesse von Autohäusern und der Fußball-Bundesliga verschleudert werden, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich doch an, was Eltern in den letzten sieben Wochen leisten. Die spielen mit ihren Kindern, die lesen vor, die erledigen Schulaufgaben, und ganz nebenbei gehen sie ihren Jobs nach. Wer glaubt, dass sich Vollzeitberufstätigkeit in Heimarbeit und Kinderbetreuung vereinbaren lässt, der hat doch beide Tätigkeiten nicht verstanden. Wie soll man denn telefonieren, wenn das Baby schreit? Viele Eltern stehen morgens um 5 Uhr auf, damit sie zwei Stunden Zeit haben, bevor sie das Frühstück machen und arbeiten abends, wenn die Kinder im Bett sind, damit sie irgendwie ihr Pensum bewältigen. Das hält doch keiner auf Dauer aus. Das hält man gerade nicht aus, wenn man mehrere Kinder hat, oder alleinerziehendes oder einer auswärts arbeitet. Eltern brauchen Möglichkeiten zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, und sie brauchen zumindest zeitweise Betreuungsangebote in Kleinstgruppen, damit Kinder wieder unter Kindern sind, insbesondere Einzelkinder. Wir brauchen kreative Lösungen wie Spielangebote im Freien, um Kindern und Eltern regelmäßige Angebote zu ermöglichen, und Erzieherinnen und Kinder bestmöglich zu schützen. Herr Minister, wenn Sie heute sagen, es sollten sich jeweils zwei Familien zusammenschließen zur Kinderbetreuung, ist das nach sieben Wochen ganz schön wenig. Das haben doch die meisten Familien aus der Not heraus so wie so schon getan, weil es gar nicht anders ging. Auch die Schulen wurden von der Landesregierung ziemlich alleine gelassen. Die reale Situation wird doch weitgehend ausgeblendet, wenn man sich den Zustand der Schultoiletten, den Mangel an Waschbecken anschaut. Trotzdem sollen jetzt wieder mehr Kinder beschult werden. Das ist doch eine fatale Situation von Eltern, die jetzt entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Bildungschancen wahren oder eben nicht, um auch für sich selbst die gesundheitlichen Risiken zu minimieren. Ein Milliardenprogramm zur Sanierung der Schulen unter hygienischen Standards, zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Verkleinerung von Schulklassen ist seit Jahren überfällig. Homeschooling wird die soziale Benachteiligung und Bildungssysteme weiter verstärken. Denn dessen Erfolg hält maßgeblich davon ab, ob Eltern zeitlich und inhaltlich in der Lage sind, zu helfen. Viele Kinder haben doch nicht einmal ein eigenes Zimmer und Raum zum Lernen. In vielen Familien gibt es einen Computer oder vielleicht auch gar keinen Computer. Welche verbindliche inhaltliche und technische Unterstützung erhalten diese Kinder, damit sie nicht als große Verlierer aus dem Homeschooling zurückkehren? Hier passiert viel zu wenig, und das gilt auch gerade für Kinder mit Behinderungen und mit besonderem Förderbedarf. Über die redet nämlich im Moment leider fast niemand, meine Damen und Herren. Gerade in dieser Krise zeigen sich die sozialen Unterschiede deutlich. Zuhausebleiben lässt sich im Einfamilienhaus mit Garten einfach leichter ertragen als in der beengten Stadtwohnung mit zwei Kindern. Vielerorts nehmen Konflikte und häusliche Gewalt zu. Wir brauchen Schutzräume für mehr Frauen und Mädchen. Wir brauchen eine bessere Ausstattung der Jugendämter bei der Betreuung von Familien und gerade der aufsuchenden sozialen Arbeit. Ja, und immer mehr Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Existenz, weil das Kurzarbeitergeld einfach nicht zum Leben reicht. Deshalb ist auch eine sofortige Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf 90 % nötig. Auch der Hartz-IV-Satz muss erhöht werden, mindestens um 200 €, weil doch für viele jetzt die Angebote der Tafeln, was sowieso schon ein himmelschreiendes Unrecht ist, dass es in einem so reichen Land Tafeln geben muss, damit Menschen sich ernähren können. Aber dieses Angebot fällt weg, und deswegen brauchen wir auch höhere Hartz-IV-Regelsätze. Das BAföG für die Studierenden muss erhöht werden, die Bezugsbauer verlängert werden. Viele haben ihre Minijobs verloren, viele können ihre Miete kaum zahlen. Der Hilfsfonds der Landesregierung von 250.000 € für 260.000 Studierende in Hessen war zwei Stunden nach dem Start erschöpft. Die maximale Summe von 200 € reicht nicht einmal für eine Monatsmiete. Das Bundeskreditprogramm bedeutet einen weiter steigenden Schuldenberg bei Studierenden, während Unternehmen Millionenbeträge rückzahlungsfrei erhalten. Wir brauchen ein Pandemieüberbrückungsgeld, das die Existenz von Kleingewerbetreibenden, von Freiberuflern, von Kulturschaffenden, Taxifahrern, entlassenen Minijobbern aus der Gastronomie und vielen anderen sichert. Wir werden morgen noch einmal ausführlich über die Frage von Wirtschaftshilfen diskutieren. Deshalb an der Stelle nur so viel. Die Soloselbstständigen sind bei den Soforthilfen durch das Gitter gerutscht. In einigen Bundesländern wurden Regelungen gefunden, in anderen nicht, und in Hessen leider nicht. Gerade Kunst und Kultur sind für diese Gesellschaft elementar wichtig. Herr Minister, Sie haben im Wesentlichen dazu gesagt, dass Ihnen Kultureinrichtungen auch fehlen. Das finde ich ein bisschen wenig für einen Sozialminister. Es kann nicht sein, dass wir Künstlerinnen und Künstler jetzt einfach in die Grundsicherung schicken, statt Ihnen zu helfen, wenn wir doch so vielen anderen auch helfen. Wenn wir wollen, dass die vielfältige Kulturlandschaft überlebt, brauchen wir Hilfsprogramme. Es ist eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Schieflage, wenn bei den Geldspritzen an Großunternehmen die Milliarden locker sitzen und schon wieder über Abwrackgremien geredet wird, aber ein paar Tausend € Soforthilfe für soloselbstständige bürokratische Regeln im Wege stehen. Das zeigt doch, es ist doch Geld da. Es gab noch nie so viel privaten Reichtum in Deutschland. Während sehr viele Menschen Existenznot sind, schwimmen doch andere im Geld. Das reichste 1 % der Bevölkerung besitzt ungefähr ein Drittel des Vermögens im Land. 45 Deutsche besitzen so viel wie die armere Hälfte der Bevölkerung. Wenn diese Gesellschaft in der Krise nicht noch weiter in die Schieflage geraten soll, dann dürfen die Kosten der Krise nicht auf die Mitte und die Armen abgewälzt werden. Wir brauchen eine einmalige Corona-Vermögensabgabe zur Krisenbewältigung von den Superreichen. Um der Krise entgegenzusteuern, ist es notwendig, sich von der Schuldenbremse zu verabschieden und stattdessen ein Zukunftsinvestitionsprogramm für Klimaschutz und soziale Infrastruktur aufzulegen. An der Stelle ein Lob an die Kommunen, die vieles in Eigenregie gemacht und viele Probleme gelöst haben. Aber wo bleibt denn das Land mit der Garantie und Zusage, dass die kaputtgesparten Kommunen nicht auf den Kosten sitzen bleiben? Angesichts zweckbrechender Gewerbesteuereinnahmen wäre eine solche Garantie, eine solche Zusage des Landes unverzichtbar. Wir müssen alle Menschen schützen, unabhängig vom Pass. Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften müssen vor Ansteckung bewahrt werden. Alle Abschiebungen müssen sofort ausgesetzt werden. Der Abschiebeknast in Darmstadt-Eberstadt muss geschlossen werden. Es kann doch nicht sein, dass da seit Wochen und Monaten Menschen sitzen, die in diesem Abschiebeknast sitzen, die nichts getan haben und dort seit Wochen festsitzen. In den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen sind die Zustände dramatisch. Bund und Länder müssen ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Flüchtlinge dort rausholen. Bisher hat Deutschland lediglich 46 unbegleitete Minderjährige aufgenommen, und in Hessen sechs davon. Meine Damen und Herren, das ist beschämend wenig angesichts der dramatischen Zustände in diesen Flüchtlingslagern. Das muss sich ändern. Die Krise darf nicht missbraut werden, um Grundrechte auszuhebeln oder um umstrittenen Überwachungsmaßnahmen den Weg zu bahnen. Alle Einschnitte müssen vollständig wieder zurückgenommen werden und dürfen sich nicht normalisieren. Wir wissen nicht, wann diese Krise überwunden sein wird und wie sie unsere Gesellschaft verändert. Keiner weiß derzeit, wie hoch die Summen sein werden, die zur Bewältigung aufgewendet werden müssen. Diese Krise erfordert vor allem eines, Solidarität. Solidarität mit all jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell und persönlich. Ich warne vor einer Debatte darüber, ob man die Risikogruppen besonders schützt bzw. isoliert, und alle anderen, die zumindest statistisch gesehen ein geringes Risiko haben, ernsthaft zu erkranken, weitgehend zur Normalität zurückkehren. Über 20 Millionen Menschen von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens faktisch auszuschließen, weil sie alt oder vorerkrankt sind oder eine Behinderung haben, ist ethisch nicht vertretbar. Es ist auch praktisch gar nicht möglich, nicht in Familien, wo vielleicht der 20-jährige Sohn noch bei den Eltern wohnt, noch bei Pflegekräften oder Sprechstundenhilfen, die tagtäglich mit der Risikogruppe in Berührung sind. Auch ein Immunitätsausweis wäre gesellschaftliches Gift. Wir müssen das Virus und seine Verbreitung stoppen, statt die Risikogruppen auszugrenzen, meine Damen und Herren. Gerade in der Not zeigt sich, gesellschaftliches Miteinander darf nicht bestimmt sein von Konkurrenz, Profitmaximierung und Wettbewerb, sondern von Solidarität und Rücksicht. Vieles wird sich grundlegend ändern. Das kann auch eine Chance eröffnen, Wirtschaft und Gesellschaft anders zu organisieren, gerechter zu organisieren. Denn noch immer geht es darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, um es an seinem heutigen 2002. Geburtstag mit den Worten von Karl Marx zu sagen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und SPD Insofern haben wir es in der Hand, ob diese Gesellschaft nach dieser Krise eine bessere sein wird als zuvor. Schließen möchte ich meine Rede mit einem Dank auch an die Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen, in den Ministerien, Regierungspräsidien, die in den letzten Wochen Zehntausende von Anträgen auf Soforthilfe bearbeitet haben, und diese vielen Menschen, die bis in die Nacht arbeiten, Tag für Tag und einer ungeheuren Belastung ausgesetzt sind, um auch Beschlüsse umzusetzen, die wir im letzten Landtagsplenum einstimmig gefällt haben. In diesem Sinne einen herzlichen Dank an Sie.